Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wieder geht's los, wieder geht's los. Wieder mit dabei die Nieke, der liebe Kessel und die Juna. Juna stieg hier das erste Mal. Also Prison haben wir überlebt. Jetzt geht's weiter. Dann auf, auf. Sanyo? Ja. Du sollst Konki nochmal was zu essen machen, der ist ganz traurig. Ja, Konki, ich mach dir was zu essen, klar mach ich gerne, kein Problem. Ich hab hier gerade Kinder-Cards liegen, willst du die haben? Kannst du kriegen. 8,50 Euro. Direkt auf Dauern. Die gehst du da auf Dauern senden? Was? Die rauscht hier durch, du bist auf Dauern senden. Nein, ich hab schon mal Kinder drauf. Achso. Ihr müsst euch doch schreien hören. Ja, stimmt. Hier ist er nicht. Die dann wahrscheinlich auch nicht. Ist der hier mit dem Auto? Hä? Ist er hier? Keine Ahnung, aber ich war schon da. Ich war schon da. Das war ich. Wow, Juna, wow, Juna. Na bitte, bitte. War jemand schon im Theater? Nein. Ladies first. Ja, hast mir die Tür zugemacht. Müssen wir zuhalten. Gessel, wir müssen die Tür zuhalten. Gessel, was machst du? Gessel. Ja, ich hab euch gerade ein bisschen lauter gestellt. Ja, ich hab gesagt, wir müssen die Tür zuhalten, hab ich gesagt. Die Mädels. Ja, die reden jetzt mit dem Witcher-Board. Waschbecken. Waschbecken ging irgendwo an. Wahrscheinlich hier. Ja, dann oben. Oben. Bis oben. Badroom, ja. Im Mädchenschlafzimmer. Richtig, Wasser? Ja, Waschbecken hat der angemacht. Ja, 10 Grad. 110. Also hier ein Zimmer, wir haben es gefunden. Hast du schon ein Foto gemacht? Nein. Noch nie, ich bin auf dem Weg. Zoom, mach ich. Bist du hier? Wo bist du? Ist das das Mädchenzimmer? Ja, der ist hier. Gesser hat gesagt, das ist eine ganz niedrige Radzahl hier. Okay. Hi, Henni. Bist du hier? Wo setze ich die Kamera hin? Ja, ja, ich mach nur Treppengeräusche. Wo bist du? Ich bin gerade vor der Stelle. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Die Quatschabox reagiert nicht mehr auf mich irgendwie. Okay. Bewegungssensor haben wir. Mache ein Foto vom Geist und Emerson Zeug. Er hat das Buch rumgeschmissen. Bist du hier? Könnt ihr mal das Licht ausmachen? Ich sehe nichts im Zinn. Geh mal runter gucken. Der hantet. Der hantet. Der hantet. Wo ist Juna? Der hantet Juna wahrscheinlich. Der wird wohl Juna hanten. Aber sie hat keine Kopfkamera. Ne, sie hat ihre Kopfkamera nicht mitgenommen. Ne. Hat sie nicht. Ne, Kessler hat doch keine. Warte. Juna? Sie ist tot. Sie ist tot. Ja, Juna ist tot. Okay, wir haben Orbs auf jeden Fall. Okay. Ist das aber irgendwie was außer Ort? Nein. Welche Schwierigkeit ist das? Ich bin mir nicht sicher. Profi oder? Na ja, wir machen einfach ein Foto von ihr und dann wird sie ja sehen, ob sie Versicherung bekommt. Wenn wir sie finden, heißt es. Ich glaube, sie hatte die UV-Kamera, oder? Foto vom Geist. Die Mitglied Zeuge, okay. Ja, wir müssen unsere Tabletten nehmen. Wir müssen die Tabletten nehmen. Okay. Nehmen wir auch mal Salz mit. Es gibt extra Punkte. Nicht. Wir haben Juna, was? Wir haben Juna, well uns. Ja. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Ach, Quatsch. Wo habe ich sie denn hingeplatziert? Bin doch blöd. Ja, liegt es wohl schon wieder. Bist du hier? Okay, Box. Box. Wir haben Box. Ich habe aber nicht gefragt, wie alt er ist, oder so. Geister Orb. Geister Box. Hat jemand Juna gefunden? Nein, noch nicht. Ich habe sie und abgelichtert. Alles klar. Okay, sehr gut. Ich bin wieder da, wie im Gefängnis. Ach, ist sie im Gefängnis auch schon gestorben? Ja. Und hat sogar getötet. Wir brauchen noch einen Beweis. Fingerabdrücke. Habt ihr die Kamera, äh, habt ihr die Lampe mitgenommen? Achso, ja. Wo ist Juna? Sie hat sich die Lampe mitgenommen. Ist gut, du musst nicht mehr mit uns reden, weil du brauchst nicht mehr quatschen jetzt. So, die mache ich auch mal aus, weil das ist, weil das nervig sonst. Also, er schmeißt ziemlich viel rum hier im Zimmer. Okay, es wird jetzt nur noch die Lampe gesucht. Ja. Also, wir haben Fingerabdruck nachgefunden, Juna. Also, Juna. Orb, Box und Fingerabdrücke. Es ist Poltergeist. Und Klühwürmchen. Ja, schön. Huch, das ist gerade diespawn. Huch! Gar nicht diespawn. Die hat dies aufgehoben und hat umgeschmissen. Aber ich hab doch vorhin Wiescherbrettchen genutzt. Das ist doch auch... Ja, hat aber nicht gezählt, wenn... Hallo, das hab ich gesehen. Sie läuft, sie läuft. Sie läuft, sie läuft. Oh, sie läuft richtig gruselig. Wo denn? Gerade hier gelaufen. Dieke? Ja, sei lieb. Achso. Juna, hör auf zu werfen! Alter! Juna! Böse Juna! Juna ist das, ja? Siehst du? Ja, das ist Juna. Die wirft mir dauernd ins Gesicht. Wow! Und sie gritzt voll gemein. Linda! Linda! Oh, Salz! Linda, komm raus! Wir brauchen dich jetzt noch schnell. Das Ereignis. Wie sieht's aus, Kessel? Ereignisse und so? Warte, ich... Was? Jetzt wieder? Was denn? Schüttel gehört. Die war sehr nah. Äh, noch nix. Wisst ihr, ich überlebe das nicht lange, wenn ich hier... War sehr nah. Weiter rummach. Schüttel gehört. Nicht viel. Okay, was brauchen wir jetzt noch? Das Ereignis und was noch? Ja, genau. Das Zeug vom Geister-Event. Dann Foto und... Ah, Foto, okay. Hat jemand von euch eine Kamera dabei? Oder soll ich nochmal reinkommen? Oh Gott, hab ich mich jetzt erschreckt vor diesen... Ich hab mich jetzt voll erschreckt vor diesen Hasen. Juna, be... Juna, bewirft mich hier ständig mit irgendwelchen Dingen. Mieke, sag mal was. Was soll ich denn sagen? Ah, guck mal! Der Hoppelhese-Hase ist runtergeflogen. Hoppelhese-Hase. Hat sie runtergeflogen. Der Treppe war runtergeflogen. Das viel zu sehr Spaß. Linda... 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 Wie heißt die im Nachnamen? Linda O'Brien. Miller. Miller, glaube ich. Linda Miller. Hallo, Lassi, Lassi. Ich höre nicht schlimm, dass du dir das kenne. Das kann doch nicht sein. Hi, Lars. Es ist schlimm genug, dass ein Geist neben mir ist. Wo bist du, Geist? Wo bist du, Linda Miller? Nochmal Salz. Ihr seid bald im Mittlerungbereich von 40%. Oh, da geht sie gleich steil wahrscheinlich. Ja, aber wir brauchen... Be... 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 Ja. Doch, ich höre sie auch. Juna, wirf da weiter mit Klötzchen. Juna, sag... Juna, sag mal Bescheid, wenn da kommt, der Geist. Wenn da loslegt. Du siehst den doch. Wenn sie zifeln. Ja, hör auf mit Heften jetzt zu werfen. Was stimmt denn nicht mit dir? Wo bist du, Geist? Oh, offenbare dich. Zeige dich im Flur. Offenbare dich, oh Geist. Oder Moment. Du Gruseliger. Linda, lauf die Treppe runter. Geh mal da weg. Linda, lauf die Treppe runter. Zeige dich uns. Wow. Das ist Juna, nicht Linda. Ich weiß. Zeige dich. Linda, lauf die Treppe runter. Treppe. Jetzt. Sofort. Sie spricht Magister. Linda irritiert mich mit diesem Gewerven. Linda. Linda Miller. Linda Miller. Na. Aus. Feuer. Auf der Wind. Okay. Okay. Nein, du sollst die Treppe runter. Linda Miller. Bitte? Linda Miller. Linda hat wohl keinen Bock auf euch. Nee, es scheint so. Ja. Ja, glaube ich auch. Linda. Zeig dich. Hat der Band wenigstens gezählt? Nein, ist immer noch da. Linda Miller. Die ganze Zeit mit Lichtern und so. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Bewegungsmüller geht auch die ganze Zeit ab. Die schlitzkanzieren. Linda Miller. Wo bist du? Liege, wenn die jetzt hantet, was macht man dann? Wo lauft man hin? Oben bleiben? Untergehen? Ich bin in der Zimmer da. Was? Ich wollte oben direkt in ein Zimmer laufen. Keine Ahnung. Aber du musst weit weg von ihr. Ja. Ich bin im Arsch gerade. Linda Miller. Wo bist du? Linda, zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Du bist schon mit Handys rum. Gib uns ein Zeichen, Linda. Linda Miller. Ich weiß nicht, ob Juna auch mit dem Lichtverrücker geht. Glaub nicht. Das ging nicht. Ich weiß, dass man Sachen rumwerfen kann. Aber ich glaube, der Lichter ist und geht gar nicht. Ich habe ein paar Mal versucht, Lampen anzumachen. Ich auch. Das ging nie. Das ging nicht. Mit Handys rumzuschmeißen. Linda Miller. Ist aber faul. Linda. Ich will kein Bild vom Geist machen. Können wir gehen? Scheiß drauf. Sonst wartet Juna auch ewig. Wir wissen, welcher Geist es ist. Wegen mir. Dann gehen wir eben. Ist okay. Oh, hier. Guck mal. Wow, Juna. Wow. Schau dir mal die Sachen hier an. Ja. Juna hat Langeweile. Also bitte, bitte alles eintragen. Wir hauen ab. Wir haben alles eintragen. Weil das bringt nichts. Sonst wartest du ewig. Es ist der Poltergeist, ja. Also Juna, ab. Also Juna, ab. Box und Finger abdrücken. Poltergeist. Okay, sie ist fertig. Jetzt geht's. Ich habe alles angekündigt. Sanyo und mich beworfen. 120 gab es. Geil. Wieso macht ihr deinen flotten Dreier? Okay. War ich in der Mitte oder war ich oben? Schwer zu sagen. Ihr wart alle drei ineinander. Also ich glaube, du warst ein Sandwich. Ja, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann macht es gut. Tschüss.